Meine Lieben, ich mache dieses Video, weil ich glaube, ich kann gerade etwas, was ich häufig sage, vielleicht etwas noch besser in diesem Video auf den Punkt bringen. Und zwar, was ich meine, wenn ich sage, dass unsere Gesellschaft beziehungstechnisch unterinformiert oder beziehungstechnisch unaufgeklärt ist. Das heißt, den Beziehungsaspekt unserer Interaktionen oder den Beziehungsaspekt unserer Kommunikation einfach unterschätzt oder sogar ganz ausblendet. Und zwar vor allem auch, wie wichtig Status ist in der Kommunikation. Man könnte das so ausdrücken, wer wem was zu sagen hat und wer wem nichts zu sagen hat. Und das kann man eigentlich besonders gut paradoxerweise, indem man die Form Aufklärung selbst betrachtet, also aufklärende Kommunikation oder Aufklärung als Kommunikation. Was sehr häufig von Aufklärern einfach ignoriert wird und deswegen funktioniert Aufklärung auch so schlecht, ist, dass Aufklärung die performative Einnahme einer Hochstatusposition bedeutet. Das heißt, wenn ich mich hinstelle, zum Beispiel wie ich das jetzt hier tue und sage, ich kläre euch auf, nehme ich euch gegenüber eine Hochstatusposition ein und drücke damit euch performativ in eine Niedrigstatusposition. Das ist die Asymmetrie, die soziale Asymmetrie, die statustechnische Asymmetrie zwischen Aufklärer und Aufklärten. Und viele Leute, die aufklären, wollen das eigentlich gar nicht, aber verstehen nicht, dass sie das gar nicht vermeiden können. Also sie glauben, dass sozusagen nur weil sie das nicht wollen, es nicht passiert. Und das ist aber nicht das, was passiert. Also sozusagen dieses Geschehen, dieses zwischenmenschliche Geschehen interessiert sich nicht für deine Absichten. Es ereignet sich trotzdem. Und das meine ich mit beziehungstechnischer Unterinformiertheit oder beziehungstechnischer Unaufgeklärtheit. Das heißt, die Leute unterschätzen einfach Beziehungsdynamiken, Machtdynamiken, Statusdynamiken und kommunizieren so, als würden wir im machtfreien Raum leben. Als wäre Status nicht wichtig für Menschen, als wäre Macht nicht wichtig für Menschen. Also wenn ich ganz drastisch bin, sage ich, wir ignorieren einfach hartnäckig, dass wir Affen sind, worüber wir eigentlich aufgeklärt sein sollten, dass wir Affen sind und dass für Affen Status immer wichtig sein wird. Und deswegen ist es unaufgeklärt, sozusagen die eigene Statuskommunikation, die man immer mitkommuniziert, einfach auszublenden. Also die Abwehr, die wir häufig finden gegen Aufklärung, ist gar keine Abwehr gegen die Aufklärung vom Inhalt her, sondern von der Form her. Es geht nicht um die Information, wie die Aufklärer meistens glauben. Also so, die Leute wehren sich dagegen, die Information, die Leute wehren sich dagegen, bevormundet zu werden. Das ist was anderes. Und ich denke, das Wort häufig nicht verstanden. Viele Aufklärer sind also wirklich überrascht von dem Gegenwind, den sie erleben. Und dann, das ist dann interessant, wie sie diesen Gegenwind interpretieren und hart gesagt, sie interpretieren ihn falsch. Sie denken, es ginge um die Inhalte und nicht um Status und Macht. In Wahrheit geht es nur um Status und Macht. Das ist der Grund, warum Demokratie funktioniert und Aufklärung nicht. Warum? Weil Demokratie adressiert das Status- und Machtproblem. Aufklärung nicht. Also Aufklärung reaktualisiert es, das Problem. Also wenn du Aufklärung machst, wie ich das hier mache, reaktualisierst du ein Problem. Wenn du Demokratie machst, löst du das Problem. Auch das wird aber häufig nicht verstanden. Also dazu gehört im ersten Schritt, dass man versteht, wie wichtig Status und Macht für Menschen ist und immer sein wird. Ich habe immer den Eindruck, viele Menschen, die also gerne Aufklärer sein möchten, die also wirklich wichtige Informationen für uns haben, würden gern im statusfreien Raum kommunizieren. Das ist auch erstmal nicht falsch. Die Grundintuition ist richtig. Wir kommen aus statusfreien Räumen evolutionspsychologisch gesehen. Status in der Form, wie wir ihn heute kennen, hat sicher in einfachen Jäger- und Sammlergesellschaften so nie existiert. Aus Gründen. Führt jetzt hier zu weit. Aber diese Intuition, ich möchte gern in einem machtfreien Raum, in einem Raum, in dem Statuskämpfe nicht so wichtig sind, kommunizieren ist erstmal sehr menschlich und richtig. Das Problem ist nur, wenn man glaubt, in dieser Traumwelt, die man gerne hätte, bereits zu leben. Und das tun viele Aufklärer. Viele Aufklärer denken, Status und Macht ist doch nicht so wichtig oder existieren gar nicht und werden dann von ihnen gar nicht berücksichtigt. Vor allem wird ihre eigene Position im Spiel von ihnen nicht berücksichtigt. Das heißt, wo bin ich denn selber da? Und das heißt, viele Menschen wirken bevormundend, die gar nicht bevormunden wollen, aber sie wirken trotzdem bevormundend. Und der Widerstand richtet sich dann gegen das Bevormundetwerden, nicht gegen die Inhalte. Das heißt, ganz ins Positive gewendet, nimmt man die Statusfragen aus dem Spiel, nimmt man die Machtfrage aus dem Spiel, und das ist machbar durch Demokratie, dann sind die Leute viel offener dafür, neue Informationen aufzunehmen, gegen die sie sich im Modus des Aufgeklärtwerdens, des Bevormundetwerdens wehren. Es liegt, wie gesagt, nicht an der Information, es liegt an der Statusposition, am Statusunterschied, an der Machtungleichheit. Die Leute wehren sich eigentlich dagegen, in die Position gedrückt zu werden des Niedrigstatusseins oder Ohnmächtigen oder so. Und diese fundamentale Asymmetrie der Formaufklärung, der Form, nicht der Inhalte, wird häufig von Aufklärern, von Leuten, die aufklären wollen, nicht gesehen. Das heißt, die Leute verstehen nicht, dass sie, wenn sie aufklären, automatisch Hochstatuspositionen einnehmen, dadurch, dass sie aufklären. Auch wenn sie das gar nicht wollen, das passiert einfach trotzdem. Das wollen sie nicht wahrhaben. Sie hätten ja gerne sozusagen den Menschen, dem Status egal ist, und dieser Mensch existiert halt nicht in der Realität, wie man qua unserer Selbstaufklärung wissen könnte. Also unsere Wissenschaft klärt uns ja uns selber darüber auf, dass wir so nicht sind. Aber für diese Art der Aufklärung interessieren wir uns erschreckend wenig. Also für die Aufklärung über uns selber, wie wir psychologisch so funktionieren. Also eben zum Beispiel für den Punkt, Macht und Status sind wichtig für den Menschen. Weil das für alle Affenarten, für alle Menschen Affenarten scheißwichtig ist, wo du in der Gruppe stehst, in der Hierarchie. Und deswegen, also funktioniert Aufklärung so verdammt schlecht und Demokratie so verdammt gut, weil Demokratie adressiert das Statusproblem. Wie macht Demokratie das? Sie schafft einen künstlichen Raum, in dem alle statusgleich sind. Das ist hochartifiziell. Es ist alles andere als natürlich heutzutage. Es ist auch alles andere als intuitiv, aber es funktioniert, weil es tatsächlich an unserem Affenhirn andockt. Also anthropologisch gesehen, oder man könnte sagen sozialpsychologisch gesehen, ist Demokratie realistisch, Aufklärung nicht. Wird das verstanden? Weiß ich nicht. Ceterum censio, isonomiam esse sortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.